Die Quelle des Genusses Bannecke Feinkostflüssig Hallo und herzlich Willkommen in der Schüttelschule von Bannecke.de. Mein Name ist Michael Gelsing und heute zeige ich Ihnen einen Drink, zu dem ich einen bisschen persönlichen Bezug habe. Als eigentlich der erste Drink war, den ich während meiner Ausbildung mal so selber gemixt habe, habe ich damals aus einem Buch von Franz Brandl, 1001 Cocktail, das war glaube ich das erste Mal, dass ich überhaupt mit Mixgetränken so in Berührung gekommen bin. Und damals fand ich den Drink vor allen Dingen wegen seiner Farbe ganz spannend. Mittlerweile kann ich aber auch die Rezeptur wertschätzen, denn er ist tatsächlich sehr, sehr lecker. Und zwar der Vanity. Er ist ein Drink auf Gin-Basis. Das wird mit Creme de Mille gemacht, Zitronensaft, Ananassaft und Granatapfelsirup oder Grenadine. Wer jetzt sich so ein bisschen mit Farben mischen auskennt, der kann sich schon vorstellen, wo das ungefähr hingeht. Es soll so ein bisschen giftiges Lila nachher werden. Daher sicherlich auch so ein bisschen der Name, also Eitelkeit. Aber wir machen jetzt einfach, ist nämlich recht schnell und leicht gemacht. Wir brauchen einen Shaker und zunächst 4cl Gin. Empfiehlt sich eigentlich ein recht fruchtiger Gin in dem Fall. Dann nehmen wir 1,5cl von Creme de Mille. Etwa genauso viel Zitronensaft. Und 4cl Ananassaft. Und Granatapfelsirup. Auch etwa 1cl. Und das war's schon. Jetzt müssen wir den Drink natürlich wieder mit viel Eis kräftig shaken. Und im Anschluss, das kann auch mal passieren, zahlen wir Ihnen gleich eine Cocktail-Challa ab. Eine Granitur braucht der Drink nicht. Wie gesagt, er soll vor allen Dingen auch durch seine Farbe glänzen. Wenn Sie jetzt einen Blaubeersirup nehmen würden, wäre es sicherlich deutlich violetter. So ist halt ein bisschen dieses Giftige mehr. Mir gefällt das so etwas besser. Und der Geschmack ist mit Granatapfelsirup auch nochmal ein bisschen schöner. Viel Spaß und Cheers mit dem Granit. Und der Geschmack ist mit dem Granit. Und im Anschluss... Opa!